Fangen wir doch einfach mal an. Die erste Plattform, die ich dir grundsätzlich immer sehr empfehlen kann, wenn du Online-Geld verdienen möchtest, beziehungsweise wenn du starten möchtest, Online-Geld zu verdienen, ist auf jeden Fall Fiverr. Du kannst auf Fiverr meines Erachtens innerhalb von einem Jahr definitiv von 0 auf 5000 plus skalieren. Das ist definitiv möglich. Ich habe auch zum Beispiel einen guten Freund, der übrigens bei mir auch ein Coaching hatte und der praktisch halt jetzt bei Fiverr, ich glaube nach drei oder vier Monaten, bei 1500 Euro im Monat ist. Ich habe andere Leute gekannt oder kenne, wie gesagt, andere Leute, die zum Beispiel 3.000, 4.000 hier im Monat machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte früher meine Dienstleistung auch auf Fiverr angeboten, habe jetzt auch meine Dienstleistung wieder offline genommen, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. An sich ist es aber eine Plattform, die dir sehr einfach gutes Geld einbringt, wenn du einen ordentlichen Gig erstellst und diesen Gig hier auf die Plattform hochlädst. Was ist ein Gig? Ein Gig ist einfach nur die Verkaufsseite für deine Dienstleistung, die du anbietest. Du kannst dir jegliche Arten von Dienstleistungen anbieten, sei es nun im Bereich Design, sei es nun zum Beispiel irgendwelche Logo-Designs oder sei es Webseiten-Erstellung oder sei es Audio, zum Beispiel, dass du irgendwelche Audios filterst oder es kann zum Beispiel sein, dass du Texte für Leute schreibst, E-Books und so weiter und so fort. Und du kannst übrigens auch nicht nur Produkte oder Dienstleistungen anbieten für einen sehr geringen Preis, sondern auch jetzt für weit, weit höhere Preise. Zum Beispiel, früher war es ja so, dass auf Fiverr wirklich diese 5-Dollar-Gigs dominierten. Jetzt ist es eher so, dass halt die Gigs auf jeden Fall doch schon mal 20, 30 Dollar kosten. Das heißt, es ist nicht mehr nur der Fokus, nicht mehr der Fokus nur darauf ist, den Leuten etwas sehr Günstiges zu verkaufen, sondern halt auch etwas Hochqualitatives. Übrigens, wenn ihr mehr zu all diesen Themen wissen wollt, das heißt, wenn ihr mehr zum Thema Geld verdienen wissen möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Ich habe einen gigantischen Kurs zu diesem Thema gemacht und ihr kriegt den Kurs in der Videobeschreibung über den Link für gerade mal 9,99 Euro. Das ist ein 6,5 Stunden langer Kurs, in dem ich euch Schritt für Schritt zeige, welche Online-Einkommensströme ich mir persönlich aufgebaut habe, welche anderen es noch gibt und vor allen Dingen zeige ich auch Schritt für Schritt, wie man mit diesen Einkommensströmen Geld verdient. Das heißt, ich zeige euch live in diesem Kurs, wie man an Kunden rankommt, wie man beispielsweise Marketing betreibt. Wir sprechen hier über solche Themen wie Online-Kurse, Kindle-Bücher, wir sprechen über Freelancing, T-Shirt-Business, Icon-Business und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt insgesamt in diesem Kurs 25 unterschiedliche Einkommensströme, die ich ganz, ganz genau für euch aufdrösel. Und wie gesagt, wenn ihr euch in den Kurs einschreiben möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Der gesamte Kurs, 6,5 Stunden, kosten gerade mal 9,99 Euro, aber wirklich nur über den Link in der Videobeschreibung. Wenn du übrigens deine Dienstleistungen auf Fiverr anbietest, dann würde ich dir auf jeden Fall auch noch mal empfehlen, deine Dienstleistungen auf anderen Plattformen anzubieten. Und zum Beispiel eine von diesen Plattformen ist definitiv Upwork oder halt zum Beispiel People Per Hour. Das sind beides Plattformen, die relativ ähnlich sind zu Fiverr, bloß, dass du hier eher nach der Stunde bezahlt wirst. Das heißt, hier kann es zum Beispiel sein, dass du von einer Person angeschrieben wirst und die Person sagt, hey, ich brauche eine Person, die für mich, sagen wir mal, Artikel schreibt oder die für mich ein E-Book schreibt oder was auch immer. Bei einem E-Book wäre es vielleicht so, dass sie dich für das E-Book anstellen. Das heißt, du kriegst zum Beispiel dann, sagen wir mal, 400, 500 Euro, um dieses Buch zu schreiben oder zum Beispiel auch 2000 Euro, was auch immer dein Preis ist. Bei anderen Fällen kann es zum Beispiel so sein, dass sie sagen, gut, ich hätte dich gerne als einen Texteschreiber für mich, für Artikel, für meine Blog-Website und dann kann es ja gut sein, dass du, sagen wir mal, zwei, drei Aufträge die Woche bekommst und diese Aufträge nach Stunden abgerechnet werden und dass du zum Beispiel dann 10 Stunden die Woche für diese Person arbeitest und sagen wir mal, du kriegst pro Stunde 15 Euro und dann bist du halt bei 150 Euro, die du hier verdient hast. So funktioniert das System. Natürlich nimmt die Plattform auch nochmal einen bestimmten Prozentsatz. Das heißt, du kriegst jetzt nicht die 150 ausgezahlt, sondern wahrscheinlich nochmal gehen 10% oder 20% oder so an die Plattform. Das muss man halt immer noch mit einrechnen. Aber meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema ist die folgende. Wenn du tatsächlich etwas hast, das Leute interessiert, wenn du eine Dienstleistung anbieten kannst, die sich wirklich lohnt zu verkaufen, dann melde dich auf mehreren Plattformen an. Das heißt zum Beispiel halt auf Fiverr, auf Upwork, auf People Per Hour oder halt solchen Plattformen hier, wie zum Beispiel Freelancer.com. Das ist auch nochmal eine Plattform, die ich sehr empfehlen kann, obwohl diese Plattform eher nach dem Auktionsprinzip basiert oder auf dem Auktionsprinzip basiert. Nämlich wenn ich hier zum Beispiel auf Browse Jobs klicke, werdet ihr folgendes sehen. Nämlich hier gibt es ganz, ganz viele Jobs, für die du dich anmelden kannst. Zum Beispiel sagen wir mal das hier, Article Writing, kriegst du 16 Dollar die Stunde und du kannst jetzt hier jederzeit draufklicken, kannst dir diesen Auftrag anschauen und scrollst dann hier runter und kannst praktisch dein persönliches Angebot geben. Zum Beispiel diese Person hier hat das Angebot 20 Dollar gegeben, diese Person hier 15 Dollar und wenn du sagst, gut, ich würde aber 14 Dollar anbieten, dann kannst du das hier jederzeit reinschreiben und dann kann es halt gut sein, dass diese Person dich dann zurück anschreibt und sagt, gut, wir würden gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Sie schreiben ab jetzt für uns, sagen wir mal, 10 Stunden die Woche Artikel. Hier haben wir übrigens nochmal dieses kleine Feld, das wichtig ist, nämlich wenn du einen Account hier erstellt hast, kannst du jederzeit hier ein Gebot abgeben. Zum Beispiel hier 14 Dollar, sagst du zum Beispiel, gibst dann halt deine E-Mail-Adresse ein, sagen wir mal, example at example.com und dann klickst du einfach hier auf Bid on this job und kannst dann praktisch dich für diesen Auftrag hier bewerben. Übrigens, seid ein bisschen vorsichtig, ich möchte jetzt nicht hier irgendwie, ja, irgendwelche Gerüchte streuen, aber schaut einfach darauf, wenn zum Beispiel aus afrikanischen Ländern oder aus Indien, meine Familie kommt übrigens auch aus Indien, deswegen, ich kenne mich damit ein bisschen aus, wenn beispielsweise du Aufträge aus Indien bekommst, wo Leute bereits sind, 20, 30 Dollar zu zahlen, ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil die meisten indischen Firmen eher wahrscheinlich nach Freelancern in ihrem eigenen Land suchen. Deswegen einfach ein bisschen aufpassen, bei Freelancer kann es mal gut sein, dass du ein bisschen über das Ohr gehauen wirst. Bei Fiverr oder Upwork eher nicht, bei People Per Hour auch eigentlich nicht, bei Freelancer muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich ihr werte, würde ich einfach da mal schauen, dass ihr halt wirklich mit guten Leuten zusammenarbeitet. So, dann noch eine Plattform, die ich auch diesbezüglich nochmal empfehlen kann, ist diese Plattform hier namens Guru.com. Guru.com ist sehr, sehr ähnlich zu Upwork oder halt auch zu Freelancer. Es ist halt eine Plattform, wo du auch wieder Dienstleistungen praktisch anbieten kannst und ich würde, wenn ich du wäre, einfach auf mehreren Plattformen mich anmelden, dort halt meine Dienstleistungen angeben und wenn Leute über Guru sich melden und die, sagen wir mal, 200, 300 Euro im Monat zahlen, super. Über Upwork zahlen sie dir 500, über Fiverr zahlen sie den 1000er, über People Per Hour, nochmal 300 und so weiter und so fort und dann hast du halt diese mehreren Einkommensströme und weißt, okay, am Ende des Monats bleiben dann auf meinem Konto, sagen wir mal, 3000 Euro oder was auch immer. Das heißt, wenn du halt auf mehreren Plattformen bist, hast du auch einfach eine höhere Reichweite und kannst damit dementsprechend auch mehr Gigs erzielen oder mehr halt Verkäufe generieren. Dann die nächste Plattform, die ich dir empfehlen kann, wenn du, ja, kleinere Aufgaben erledigen möchtest, ist diese Plattform hier, nämlich Microworkers. Microworkers.com ist eine Plattform, wo du ganz, 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 ganz kleine Aufgaben erledigst und ich meine wirklich ganz, ganz kleine. Zum Beispiel kann es gut sein, dass du irgendwelche kleinen Umfragen machst oder zum Beispiel musst du, hast du zum Beispiel fünf, sag ich jetzt mal, fünf Bilder und auf diesen Bildern befinden sich irgendwelche Zahlen drauf, zum Beispiel können das Hausnummern sein oder was auch immer und zum Beispiel der Bot, der diese Hausnummern hätte erkennen sollen, hat es nicht gemacht und was dann praktisch Microworkers macht, ist, die stellen dich dafür an, diese Zahlen nochmal zu überprüfen, das heißt, die Zahlen auf den Bildern dir anzuschauen und dann zu sagen, okay, hier haben wir zum Beispiel die Zahl 15, da haben wir die Zahl 24, was auch immer. Das heißt, das ist einfach nur eine Plattform, wo du ganz, 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 ganz kleine Aufgaben erledigst und für diese kleinen Aufgaben einfach ein wenig Geld bekommst. Du kannst hier nicht davon ausgehen, dass du tausende von Euro verdienen wirst im Monat, ich denke, du wirst hier eher bei ein paar hundert im Monat liegen, auch wenn du relativ viel arbeitest, wenn du das Ganze Fulltime machst, denke ich, wirst du auch nicht über 2.000 Dollar kommen. Genau deswegen sage ich immer, das ist so eine Plattform, die halt wirklich, ja, nicht deine Haupteinnahmequelle sein sollte. Es kann zum Beispiel eine winzig kleine Einnahmequelle sein, dass du sagst, gut, ich habe jeden Tag 10 Minuten im Bus, die ich halt dort normalerweise verbringe, ohne irgendwas zu tun und ich möchte vielleicht nochmal ein paar Euro verdienen, klar, dann kannst du jederzeit hier solche kleinen Aufgaben erledigen, steigst dann aus dem Bus und hast schon wieder 2, 3 Euro gemacht. Also wenn das für dich in Ordnung ist, dann mach das bloß, ich würde es halt nicht als Haupteinnahmequelle sehen. Dann, wenn du zum Beispiel online unterrichten möchtest, bieten sich natürlich Online-Kurs-Plattformen an, über die hatte ich ja schon in meinen anderen Videos viel gesprochen, wie zum Beispiel Udemy, Skillshare und so weiter und so fort. Bloß, es macht natürlich auch Sinn, sich fest anstellen zu lassen oder zumindest eine Anstellung in Anführungsstrichen zu haben, dass du nach der Stunde bezahlt wirst, die du unterrichtest. Weil gerade bei Online-Kursen weißt du halt immer nie, wie gut performen die Kurse. Ich habe zum Beispiel manchmal Kurse schon produziert, an denen habe ich ein paar Wochen gesessen und auf einmal machen die mir gerade mal 100 Euro im Monat. Da muss ich mir überlegen, okay, war es das für mich überhaupt wert? Und jetzt bin ich, wie gesagt, in dem Bereich besser geworden. Jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Kurs produziere, weiß ich eigentlich, dass er gut performt. Bloß, wenn du dir zum Beispiel sagst, das ist mir alles zu risky und ich habe einfach, ich muss Essen auf den Tisch bringen, ich habe vielleicht Kinder und ich möchte einfach ein ordentliches, oder ich möchte zumindest mich verlassen können auf die Einnahmequelle, dann bietet sich natürlich so eine Tutoring-Plattform, wie zum Beispiel Q-Kids an. Q-Kids ist eine Plattform, wo du chinesische Kinder unterrichten kannst. Das ist halt eine Plattform, wo du nur Englisch unterrichtest. Das heißt, du solltest aus einem englischsprachigen Land kommen oder halt fließend Englisch sprechen können. Und ich meine halt wirklich, wirklich gutes Englisch. Das heißt, wenn du das kannst, dann auf jeden Fall ist so eine Plattform hier was für dich. Bei Q-Kids ist es so, dass du, glaube ich, nicht zu einer Uni gegangen oder musst mal schauen, aber ich glaube, du musst nicht an einer Uni gewesen sein. Du solltest aber zumindest in ein, also du musst dich nicht abgeschlossen haben, du solltest aber zumindest in ein Universitätsprogramm eingeschrieben sein. Du kannst dir zum Beispiel sagen, okay, dann schreibe ich mich halt an in ein Universitätsprogramm und du würdest dann praktisch hier angenommen werden. Bei den anderen Plattformen, die halt so ähnlich funktionieren, wie zum Beispiel VIP-Kids, das ist diese Plattform hier, vipkids.com.cn oder zum Beispiel, ja, solchen anderen Plattformen in diesem Bereich wie Landi English, das ist auch nochmal eine Plattform in diesem Bereich, nämlich diese hier, Landi English. Da solltest du halt schon, ja, einen Uni-Abschluss haben und solltest vor allen Dingen halt auch sehr, sehr gut Englisch sprechen. Am besten ist es natürlich, wenn du aus einem englischsprachigen Land kommst. Es gibt aber auch andere Plattformen, wo du unterrichten kannst, wo du nicht unbedingt einen Universitätsabschluss brauchst und das ist zum Beispiel diese hier namens check.com. Dort kannst du jederzeit hier oben als Tutor arbeiten. Wir können ja mal hier auf Tutors klicken und dann sind wir, wie gesagt, auf check.com slash tutors und du siehst halt hier, welche unterschiedlichen Themen es gibt. Wir können ja mal gucken, nämlich, du kannst eigentlich praktisch alles hier auf der Plattform unterrichten. Engineering, Math, Science, Humanities, High School, Test Prep. Das heißt, wenn du zum Beispiel dich ein bisschen auskennst mit Geschichte oder zum Beispiel, du kannst gut Englisch sprechen oder zum Beispiel du kannst beibringen, wie man Französisch spricht oder wie man Deutsch spricht oder wie man, was weiß ich, tut, kannst du das hier jederzeit anbieten, halt als Lehrer und du kriegst halt hier praktisch von der Plattform, kriegst du ein bisschen Geld für jede Stunde, die du arbeitest und meistens ist es irgendwas, soweit ich weiß, zwischen 12 und 20 Dollar. Ich weiß, damals hat man noch mehr bekommen, weil ich hatte nämlich früher auch mal hier oder ich war sehr aktiv auf der Plattform, bevor ich mein Unternehmen so wirklich gründete und du kannst halt, wie gesagt, gutes Geld verdienen. Du hast eine relativ sichere Einnahmequelle. Bloß nicht vergessen, du musst halt auch einfach Hausaufgaben kontrollieren, musst mit den Schülern auch mal hin und her schreiben und das ist halt alles meist nicht bezahlt. Das heißt, du wirst wirklich nur für die Stunde bezahlt und wenn es hier zum Beispiel darum geht, Hausaufgaben zu korrigieren oder so, dann wirst du eigentlich dafür nicht bezahlt. So, dann eine weitere Plattform, die ich dir natürlich sehr empfehlen kann, wenn du zum Beispiel Audiobücher produzieren möchtest, ist diese Plattform hier namens ACX. ACX ist eine Plattform, wo du deine Audiobücher hochladen kannst und ACX verkauft diese dann über Audible, Amazon und iTunes. Das heißt, du produzierst zum Beispiel ein Audiobuch, lädst das hier hoch, musst dich dann um nichts mehr kümmern und die Plattform verkauft die praktisch über diese unterschiedlichen Plattformen für dich. Sind Audiobücher ein gutes Business? Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr, sehr profitabel, Audiobücher zu produzieren. Noch ist es so profitabel. Deswegen, wenn ich du wäre, würde ich jetzt relativ bald anfangen mal mit Audiobüchern, weil halt mit der Zeit, ich glaube, dass es nicht mehr so profitabel sein wird, wie es heute ist. Aber nicht vergessen, wenn du zum Beispiel einen neuen Markt entdeckst oder zum Beispiel eine neue Einnahmequelle, überlege dich, wie hoch die Schwelle ist, sagen wir so, Barrier of Entry, sagt man im Englischen, wie hoch die Schwelle ist, dort reinzukommen. Was ich damit meine, ist folgendes. Nämlich, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du vergleichst ein T-Shirt-Business mit einem Online-Kurs-Business. Wie lange dauert es, ein T-Shirt-Design zu erstellen? Wie lange dauert es, einen Online-Kurs zu erstellen? Kann ich einen Online-Kurs von anderen Leuten einfach erstellen lassen oder kann ich ein T-Shirt von anderen Leuten erstellen lassen? Und natürlich muss man sagen, dass ein Kurs mal sehr, sehr viel länger dauert zu produzieren als ein T-Shirt und vor allen Dingen, dass auch die Schwelle, sag ich jetzt mal, viel, viel höher ist. Nämlich, wenn du zum Beispiel einer Person sagst, hey, mach mal einen Kurs für mich über Google AdWords, sagt die Person sicherlich, ich kenne mich doch gar nicht damit aus. Das heißt, du musst erst mal eine Person finden, die sich wirklich damit auskennt. Aber Designer gibt es wie Sand am Meer. Viele von denen sind sicherlich schlecht, andere sind sehr, sehr gut, bloß es gibt sie halt wie Sand am Meer. Leute, die Online-Kurse für dich produzieren, 10, 20 Stunden lange Kurse, gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Und genau deswegen verdiene ich zum Beispiel auch sehr gutes Geld mit dieser Nische, weil ich den Leuten sage, die bei mir zum Beispiel eine Online-Kursproduktion bestellen, das sind meine, das sind die Dinge, mit denen ich mich auskenne. Ich kenne mich mit relativ vielen Dingen aus. Ich mache dir einen Kurs zu diesem Thema für relativ günstiges Geld und also 400 Euro pro Stunde kostet es deshalb bei mir. Ich weiß nicht, ob man das, also für eine Stunde produzierten Content ist das meines Erachtens relativ günstig. Und dann buchen halt Leute bei mir, weil sie wissen, dass es eigentlich kaum eine andere Person gibt, die A schon mal das Studio aufgebaut hat, um praktisch Kurse aufzunehmen oder die halt zum Beispiel das Wissen hat, in diesem bestimmten Bereich um solche Kurse überhaupt machen zu können. Und dasselbe ist übrigens auch bei Audiobüchern. Audiobücher zu produzieren setzt natürlich voraus, dass du ein Buch hast. Und du kannst natürlich jetzt nicht unten ein Buch nehmen aus der Bibliothek und das vorlesen und hier als Audiobuch hochladen. Das geht natürlich nicht. Du musst praktisch dein eigenes Buch hier hochladen oder zumindest jemanden finden, der noch keine Audiobücher gemacht hat, aber Bücher hat und musst dann halt das Recht dazu bekommen, diese Bücher als Audiobücher aufzunehmen und musst dann wahrscheinlich auch noch einen großen Teil von den Einnahmen an diese Person abzwacken, weil natürlich diese Person das Buch für dich geschrieben hat. Heißt also, diese Barrier of Entry ist relativ hoch im Bereich Online-Kurse oder halt auch im Bereich digitale Bücher und genau deswegen sage ich ja auch, oder Audiobücher sage ich jetzt mal, genau deswegen ist es halt auch so wichtig, sich die Einnahmequellen auf diese Weise anzuschauen, weil du dann merkst, okay, der Online-Kursmarkt wird wahrscheinlich nicht so schnell unprofitabel werden, wie zum Beispiel das T-Shirt-Business. Dann eine weitere Einnahmequelle, die ich grundsätzlich sehr empfehlen kann, ist natürlich YouTube. Und ich zeige immer meine YouTube-Einnahmen relativ offen. Ich habe verdient derzeit hier mit diesem Kanal in den letzten 28 Tagen 669,72 Euro. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr gut für mich. Das ist jetzt nicht unbedingt eine gigantische Einnahmequelle, die ich hier habe, aber es ist auf jeden Fall zumindest ein Weg, zum Beispiel meine Miete zu bezahlen oder fast meine Krankenversicherung zu bezahlen. Das hilft doch auf jeden Fall schon weiter. YouTube an sich ist eine sehr gute Einnahmequelle, meines Erachtens. Du musst halt dafür sorgen, dass du mindestens 1.000 Abonnenten hast und dass du halt mindestens 4.000 Stunden Watchtime hattest innerhalb des letzten Jahres und bei mir zum Beispiel war es so, dass ich ziemlich genau drei Monate brauchte, bis ich diesen Kanal tatsächlich monetarisieren konnte und dann, wie gesagt, hat der Kanal mir Geld ausgespuckt und wir können uns ja mal anschauen, wie viel Geld dieser Kanal in den letzten Monaten gemacht hat. Klicken wir mal hier oben auf Estimated Revenue und dann können wir ja mal, obwohl gerade funktioniert schon wieder YouTube nicht richtig. Mal sehen, Revenue zeigt es mir überhaupt an. Nee, nicht wirklich. Na, wie auch immer. Also der Kanal macht ungefähr in den letzten Monaten hat er immer so um die vielleicht, ja, 450 im letzten Mord gemacht. Davor war es relativ gering, vielleicht so 200 Euro, 150 Euro und so weiter und so fort. Bloß mit der Zeit wird das Ganze halt immer mehr und zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich denke, dass ich relativ bald die 1.000 Euro erreichen werde und danach, wie gesagt, ist das Sky the Limit. Dann gibt es noch solche Plattformen wie zum Beispiel Textbroker, wo du für andere Leute zum Beispiel, ja, Texte für die Webseite schreibst oder zum Beispiel, wo du kleine Artikel schreibst oder was auch immer. Das heißt, hier werden vor allen Dingen Copywriter gesucht und wenn du halt bei Textbroker dich anmeldest, wirst du in, sag ich jetzt mal, Qualitätsklassen eingeteilt. Du schickst halt ein Sample an Textbroker. Textbroker sagt dir dann, okay, du bist halt so und so gut und dann kannst du halt praktisch mit diesem Status nach Auftraggebern suchen und diese Auftraggeber schicken dir dann Aufgaben, sag ich jetzt mal, zu beziehungsweise du kannst dich halt für diese Aufgaben melden und kannst dann hier auch nochmal über die Plattform Geld verdienen. Ich habe extra nicht gesagt gutes Geld, weil ich, um echt zu sagen, ich habe selbst nie über Textbroker gearbeitet. Ich kenne aber Leute, die über Textbroker gearbeitet haben und die gesagt haben, dass es sehr, sehr viel hin und her ist und vor allen Dingen, dass wenn du dich richtig anstrengst, du gerade mal vielleicht 50 Euro am Tag rauskriegst und ich weiß nicht, ob es das wert ist. Dann weitere Plattformen, die sich natürlich auf jeden Fall lohnen können, sind solche Plattformen wie Etsy. Wenn du hier zum Beispiel deinen eigenen Store erstellst, ist das, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Option. Es ist natürlich nochmal eine weitere Option oder eine weitere Alternative zum Dropshipping. Du kannst hier jede Zeit deine eigenen selbst erstellten Produkte verkaufen, sei es nun zum Beispiel solche kleinen Rucksäcke, wie man hier sieht oder irgendwelche Kettchen oder was auch immer. Das macht das Ganze natürlich sehr attraktiv, nämlich hier verkaufst du, was du herstellst oder verkaufst du, was du verkaufen möchtest und wenn du halt ein bisschen Reichweite hast beziehungsweise die Reichweite gut über Etsy ausnutzen kannst, kann es natürlich gut sein, dass du hier nochmal dir eine ganz gute Einnahmequelle hinzu aufbaust. Dann nochmal solche Plattformen wie zum Beispiel Creative Market kann ich sehr empfehlen. Creative Market ist eine Plattform, wo du digitale Produkte anbieten kannst, wie zum Beispiel Grafiken, Illustrationen, Designs, Themes und so weiter und so fort und wenn du halt deine Themes hier schon hast, würde ich sie auch nochmal auf weiteren Plattformen publizieren, wie zum Beispiel halt Graphic River, das ist auch eine Plattform, die ich immer sehr empfehlen kann, weil du hier auch alle möglichen Dinge verkaufen kannst, wie zum Beispiel Web Themes und Templates, Code, Video, Audio, Graphics, Fotos und 3D-Files und du hast halt hier einfach die Möglichkeit, sehr viele Dinge anzubieten und kannst auch und das ist auch eine Option, natürlich eine Person, die wir suchen zum Beispiel auf Upwork oder Fiverr oder wo auch immer, die für dich Designs erstellt oder halt die für dich 3D-Konstrukte erstellt oder wie auch immer man sowas nennen möchte, 3D-Modelle und diese kannst du dann hier jederzeit hochladen, solange du halt die Rechte praktisch für diese Designs zum Beispiel hast und kannst dann mit den Designs von anderen Leuten Geld verdienen und das ist natürlich ein sehr, sehr einfach Weg, nochmal Geld zu verdienen. Dasselbe gilt übrigens auch für Plattformen wie zum Beispiel MyFonts. MyFonts ist eine Plattform, wo du jederzeit Schriftarten anbieten kannst, zum Beispiel halt, wenn du eine Schriftart erstellt hast, kannst du die hier hochladen und kannst dann mit dieser Schriftart Geld verdienen. Wenn du Musik produzierst, würde es dich meines Erachtens lohnen, über TuneCore deine Musik hochzuladen. TuneCore ist eine Plattform, wo, oder sag ich jetzt mal ein Tool, das eigentlich ein Distributionstool ist, das deine Musik über mehrere Plattformen publiziert, nämlich Spotify, iTunes, Title, Google Play und Amazon Music und wenn du halt Musiker bist oder du produzierst Beats oder was auch immer, kannst du die hier jederzeit über TuneCore hochladen, die publizieren das wie gesagt für dich und du kannst dann halt die Royalties hier einstecken, das heißt die, praktisch die Einnahmen erhältst du zu 100%, nämlich die Plattform nimmt keine Profite davon und indem du das wie gesagt tust, kannst du ja einfach sehr, sehr viel schneller arbeiten, kannst vor allen Dingen auch dir sicher sein, dass deine, sag ich mal, deine Tracks überall ankommen, dass sie also wirklich auf die ganzen Plattformen hochgeladen werden und du erhältst dann halt von jeder von diesen Plattformen deine Royalties, das heißt einfach das Geld, das du ja auf diesen Plattformen verdient hast. Und natürlich auch noch eine weitere Option ist, deine, dein eigenes Empartment anzubieten oder halt zum Beispiel sogenannte Experiences anzubieten auf der Plattform Airbnb. Ich bin, um echt zu sein, noch kein Experte, was Airbnb angeht. Ich baue derzeit eine Airbnb, um echt zu sein und wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Ganze läuft. Aber Airbnb ist zum Beispiel eine Plattform, wo du halt deine eigenen, ja, deine Räume anbieten kannst. Da muss man halt wie gesagt schauen, in Berlin zum Beispiel brauchst du dafür eine Lizenz, dass du überhaupt das machen darfst. Finde ich das gut? Nein. Aber du solltest halt wie gesagt eine Lizenz haben, sonst kannst du leider nicht deine Räume hier anbieten. An sich aber wie gesagt ist es einfach eine, ja, Ferienwohnung, Plattform und Leute buchen dann bei dir deinen Raum beziehungsweise deine Wohnung und du erhältst dann natürlich damit Geld und das Geld zahlt wie gesagt die Airbnb monatlich aus. Du kannst aber natürlich auch jederzeit sogenannte Experiences bei Airbnb anbieten, was einfach nur bedeutet, dass du dann zum Beispiel vielleicht Stadtrundfahrten mit Leuten machst oder zum Beispiel Kochkurse oder was auch immer und wenn du in großen Städten wohnst, dann kann sich das natürlich sehr für dich lohnen. Und dann nochmal eine weitere Plattform, die sich lohnt meines Erachtens, um Geld zu verdienen, ist diese hier namens anchor.com. Anchor ist eine Plattform, wo du deinen Podcast hochladen kannst und du hast mehrere Optionen, diesen Podcast zu monetarisieren. Du hast einmal die Option, dass praktisch dein Podcast dadurch monetarisiert wird, dass du Werbung annimmst von Anchor, nämlich Anchor sucht dir halt einen Sponsor und dieser Sponsor sponsert wie gesagt in jeder Episode von deinem Podcast und du wirst bezahlt einfach nur dafür, wie oft Leute auf praktisch den Podcast geklickt haben und pro Klick kriegst du derzeit, ich glaube so etwas wie 1,8 Cent, nämlich du hast eine CPM oder sogar noch weniger, du hast nämlich 0,18 Cent, nämlich du hast eine CPM von 18 Dollar, soweit ich weiß, derzeit hier auf der Plattform und kannst dann einfach damit Geld verdienen, dass praktisch, genau, du hier Werbepartner hast oder du kannst auch Leute dir jeden Monat Geld geben lassen, ähnlich wie bei Patreon oder du suchst nochmal selbst nach irgendwelchen Sponsoren und kannst damit natürlich auch nochmal Geld verdienen. Und sonst, eine weitere letzte Plattform, die ich dir vorstellen möchte, ist diese hier, namens die Medium Open Paywall. Bei Medium bloggst du praktisch und indem deine Blogs hinter dieser Paywall verkauft werden oder publiziert werden, kriegst du halt für jede Person, die deine Blogs liest, ein wenig Geld. Das ist auch nochmal eine Plattform oder ein Weg, wie man Geld verdienen kann, den ich dir sehr empfehlen kann. Diese Einnahmequelle ist Amazon Kindle. Ich denke, viele von euch haben sicherlich schon mal von Kindle gehört, bloß ich denke, einige von euch werden es bisher noch nicht probiert haben, wenn nicht sogar die Mehrheit. Amazon Kindle an sich ist eine Plattform, wo du digitale Bücher publizieren kannst, aber auch die Möglichkeit hast, praktisch Bücher zu publizieren, die später dann halt ausgedruckt werden, als sogenannte Paperback Bücher. Kindle an sich hat mehrere Einkommensmodelle, es gibt einmal ein Modell, wo du praktisch die Bücher nur auf Kindle veröffentlichen darfst und dann nochmal ein Modell, wo du die Bücher auch außerhalb von Kindle veröffentlichen darfst. Natürlich, wenn du praktisch deine Bücher auf Kindle publizierst, erhältst du 70% von den Einnahmen, die generiert werden. Wenn du jetzt deine Bücher auch noch auf anderen Plattformen publizierst und praktisch nicht an diesem Programm teilnimmst, erhältst du natürlich weniger. An sich Kindle ist für mich eine sehr interessante Einnahmequelle, weil du praktisch eigentlich nur eins tun musst, du musst ein Buch schreiben beziehungsweise dir eine andere Person suchen, die für dich das Buch schreibt. Dieses Buch lädst du dann hier auf Kindle hoch und sobald du einige Bewertungen generiert hast und vielleicht auch ein anständiges Coverst und ordentliche Keywords verwendet hast, kannst du mit diesem Geld, mit diesem Buch tatsächlich sehr gut Geld passiv verdienen. Nämlich nicht vergessen, wenn du erstmal das Buch online hast und dieses Buch ist auf dem Marktplatz Amazon drauf, dann ist es natürlich auch so, dass Amazon für dich reich, weil der Zeug, weil einfach Amazon so eine gigantische Plattform ist und dann mit der Zeit wird natürlich dein Buch immer mehr Bewertungen generieren und immer mehr Kunden generieren und du musst dich eigentlich ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr darum kümmern, neue Kunden für dein Buch zu generieren, auch wenn ich es persönlich immer nie schlecht finde, wenn man nochmal weitere Wege hat, um Kunden praktisch zu generieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt noch von deinen YouTube-Videos auf zum Beispiel deine Verkaufsseiten auf Amazon weiterlängst oder zum Beispiel hast du einen E-Mail-Newsletter oder einen Blog oder was auch immer, das macht schon Sinn, ist aber keinesfalls ein Muss. Zum Beispiel in meinem Falle, ich gebe 0 Euro aus, um meine Bücher zu promoten. Ich mache ein bisschen Werbung halt zum Beispiel über meine E-Mail-Newsletter oder halt zum Beispiel grundsätzlich über zum Beispiel solche Plattformen wie YouTube, aber jetzt nicht unbedingt gebe ich Geld für Paid Advertising aus. Das ist nicht das, was ich tue. Dann die nächste Einnahmequelle ist praktisch ein Distributionstool und dieses Tool nennt sich Smashwords. Smashwords ist eine Plattform, wo du deine Bücher hochladen kannst und diese werden dann über mehrere andere Plattformen verkauft, nämlich zum einen natürlich über die Plattform Smashwords, dann über Apple Books, Barnes & Noble und so weiter und so fort. Das heißt, du hast hier folgende Optionen, du lädst einfach deine Bücher praktisch hoch und Smashwords lädt praktisch deine Bücher auf diesen ganzen anderen Plattformen für dich hoch, verkauf diese Bücher für dich und das Schöne ist dadurch halt, dass du es einmal nur hochladen musst, du kriegst praktisch größere Reichweiten und kannst dann mit deinen Büchern natürlich nochmal ganz, ganz andere Märkte tatsächlich erreichen und da sind übrigens auch Plattformen dabei, wie zum Beispiel Tolino. Ich denke, viele von euch sagt sicherlich Tolino, was oder zum Beispiel auch Skript und wer zum Beispiel schon mal bei Barnes & Noble war, weiß natürlich auch, worum es sich dabei handelt. Und an sich sind das einfach gute Einnahmekellen meines Erachtens, bloß die Frage ist halt immer, was lohnt sich eher? Lohnt es sich eher, nun auf Kindle zu gehen? Lohnt es sich eher, auf zum Beispiel Smashwords zu gehen? Ich würde das relativ simpel machen, wenn du auf Kindle einfach mit den Büchern kein Geld verdienst, dann probiere es zum Beispiel mit Smashwords oder es gibt nochmal eine weitere Option und diese Option nennt sich Lulu. Lulu ist auch nochmal eine Plattform, wo du deine Bücher hochladen kannst. Das ist auch wieder eine Distributionsplattform, lulu.com und an sich würde ich halt dir auf jeden Fall empfehlen, einfach mal dich ein bisschen durchzuprobieren. Du kannst ja, wenn du sehr viele Bücher zum Beispiel schreibst oder publizierst, dass du dann einige Bücher mal hier hoch lest, einige Bücher mal bei Smashwords und einige Bücher bei Kindle und dann kannst du ja so ungefähr mal vergleichen, was dir am meisten Geld einbringt und wenn du merkst, okay, Lulu bringt mir am meisten Geld, dann publiziere vor allen Dingen über Lulu. Wenn du merkst, dass Kindle dir am meisten Geld macht, dann publiziere vor allen Dingen über Kindle. Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich meine Bücher nicht über Lulu und nicht über Smashwords verkaufe, weil ich das meiste Geld über Kindle verdiene, bloß wenn zum Beispiel bei dir das irgendwie anders laufen sollte und du merkst auf einmal, okay, Lulu und Smashwords ist profitabler für mich als Kindle, dann wie gesagt, mach Lulu oder Smashwords oder arbeite halt mit diesen Plattformen zusammen. Dann, die nächste Einnahmequelle ist Udemy. Udemy ist eine Plattform, die ich dir sehr empfehlen kann. Das ist eine Plattform, wo ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Kurse publiziere. Nämlich an sich finde ich, ist Udemy eine tolle Plattform, weil du halt, wenn du gute Kurse publizierst, Udemy dir gigantische Reichweiten ermöglicht. Nämlich, Udemy hat eine gigantische organische Reichweite beziehungsweise macht halt auch Werbung für dich. Zum Beispiel in meinem Fall, ich habe relativ viele Kurse hier auf der Plattform hochgeladen. Zum Beispiel jetzt gerade der letzte Kurs, den ich veröffentlicht hatte, ist ein 24,5 Stunden langer Facebook Ads Kurs. Also der ist auf Englisch. Ich habe den natürlich auch nochmal auf Deutsch hochgeladen. Hier 19,5 Stunden, ein nochmal mit Fokus auf Facebook Werbeanzeigen oder zum Beispiel halt Cora Marketing, auch nochmal Skillshare, Kryptowährungen, Blogging und so weiter und so fort. Und ich habe, wie gesagt, ziemlich viele Kurse hier auf der Plattform. An sich ist das für mich eine gigantische Einnahmequelle. Nicht nur in der Höhe, sondern natürlich auch, weil es mir die Möglichkeit gibt, meine Kurse halt zu verkaufen und gleichzeitig Reichweite aufzubauen. Weil nicht vergessen, wenn du zum Beispiel wie ich jetzt in diesem Fall hier bei dem Account 73.000 Schüler hast und du hast halt Kurse praktisch hochgeladen und kannst dann über Udemy Nachrichten rausschicken an deine Schüler und zum Beispiel neue Kurse promoten, dann ist es natürlich so, dass du einfach mal knapp 74.000 Leute erreichen kannst. Das heißt, du kannst dann E-Mails rausschicken an 74.000 Leute und du kannst dir vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel eine E-Mail rausschicke an 74.000 Leute, dass da auch einiges an Sales nochmal reinkommt. Und je größer du halt auf Udemy wirst, desto mehr Geld kannst du auch verdienen oder grundsätzlich auch, wenn du klein bist, kannst du viel Geld verdienen. Ich möchte das jetzt hier nicht falsch ausdrücken. Aber an sich, wie gesagt, einfach eine tolle Einnahmequelle, die ich dir sehr, 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 sehr empfehlen kann. Wenn du gerne unterrichtest, wenn du gerne Online-Kurse machst, dann ist Udemy meines Erachtens einer der besten oder der beste Ort, deine Kurse zu publizieren. Zum Beispiel mir persönlich hat es sehr geholfen, anzufangen, nämlich als ich damals meine ersten Kurse erstellte oder als ich überhaupt erst darüber nachdenkte, Unternehmen aufzubauen, nach das Unternehmen aufzubauen, war für mich praktisch, ja, Udemy eine ganz, ganz große Hilfe, weil ich halt da meine ersten Kurse hochgeladen hatte. Ich hatte auf einmal Geld verdient und merkte, okay, das macht ja tatsächlich Sinn, dort meine Kurse hochzuladen und dann mit der Zeit habe ich immer mehr hochgeladen und es wurde halt für mich zu einer sehr, sehr großen Einnahmequelle. Genau, dann wie gesagt, übrigens, wenn ihr euch nochmal den Kurs einschreiben möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dort, wie gesagt, befindet sich der Link. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das ist übrigens hier auch nochmal ein Kurs, den ich genau halt über Udemy gehostet habe und der halt auch der Nummer 1 Bestseller in diesem Bereich ist. 41 Leute haben bereits diesen Kurs bewertet mit einer absoluten Top-Bewertung, 4,6 Sterne, 316 Leute sind bisher dabei und wie gesagt, ist einfach ein Kurs, den ich euch sehr empfehlen kann. Dann, wenn ihr eure Kurse nicht nur auf Udemy hochladen wollt, könnt ihr natürlich auch jederzeit eure Kurse nochmal über Skillshare hochladen. Skillshare ist auch nochmal eine Plattform, die ich sehr empfehlen kann, weil es sich dabei um eine Plattform handelt, wo du nochmal die Kurse praktisch, die du schon auf Udemy hast, hier hochladen kannst. Soweit ich weiß, vielleicht nochmal Udemy Support fragen, aber hat Udemy keine Exklusivitätsklausel und Skillshare auch nicht, außer deine Kurse sind im Udemy for Business Programm drin. Diese Richtlinien können sich natürlich jederzeit ändern. Das heißt, das, was ich dir jetzt sage, muss nicht unbedingt auch in der Zukunft stimmen. Jede Plattform ändert sich und ich glaube, das ist auch normal. Genau deswegen kann ich dir jetzt sagen, dass Udemy keine Exklusivitätsklausel hat, außer bei den Udemy for Business Kursen. Udemy for Business Kurse sind Kurse, die praktisch in einer Business Solution angeboten werden, halt für Unternehmen, die halt ihre Mitarbeiter zum Beispiel unterrichten wollen und wenn du praktisch deine Kurse bei Udemy for Business drin hast, Udemy praktisch schreibt dich an und sagt dir halt, okay, deine Kurse wurden aufgenommen, weil sie halt zum Beispiel eine sehr hohe Qualität haben oder viele aktive Schüler haben oder gute Bewertungen oder halt ein Mix aus allem, dann dürftest du diesen Kurs zum Beispiel nicht mehr auf anderen Plattformen hochladen, außer du hast ihn vorher bereits auf anderen Plattformen hochgeladen oder wie gesagt auf deiner eigenen Plattformen publiziert. Das wie gesagt ist so ein bisschen hier die Regel, aber bitte, bitte, bitte schaut da einfach nochmal nach, verlasst euch da nicht zu 100% auf mich, weil sich jederzeit diese Regeln ändern können. Skillshare an sich ist eine gute Plattform oder sagen wir so, war früher noch eine bessere Plattform, heute bin ich nicht mehr so sehr von Skillshare überzeugt, einfach nur aus folgenden Grund, nämlich Skillshare an sich ist schon eine gute Plattform, du kannst gutes Geld verdienen, du verdienst praktisch dadurch Geld, dass Leute deine Kurse schauen, du verdienst dadurch Geld, dass Leute halt praktisch bestimmte Minutenanzahlen gucken, zum Beispiel nehmen wir mal an, eine Person guckt irgendwie 10 Minuten von einem Kurs, dann erhältst du ziemlich genau pro Minute 4 Cent, heißt also 40 Cent würdest du von dieser Person erhalten. Ist Udemy eine, oder ist Skillshare eine Einnahmekülle, die ich euch im Long Term empfehlen kann? Also ich muss ehrlich zugeben, dass Skillshare weniger dozentenfreundlich geworden ist, nämlich früher war es so, für jede Person, die sich einschreibt, hast du einen Euro bekommen, jetzt ist es so, dass du halt pro Minute die Person schaut, 4 Cent ungefähr bekommst, das kann auch sogar noch in der Zukunft runtergehen und vor allen Dingen finde ich bei Skillshare auch nicht so schön, dass praktisch genau du nur einen Kurs nur noch pro Woche hochladen kannst. Ich möchte mich jetzt hier nicht zu negativ anhören, Skillshare ist eine tolle Plattform, es ist definitiv eine Plattform, wo du sehr gutes Geld verdienen kannst, bloß du kannst halt nur noch einen Kurs pro Woche hochladen. Ich weiß, für viele von euch mag sich das auch schon viel anhören, einen Kurs pro Woche, bloß bei mir war es damals so, dass ich zum Beispiel manche 10 Kurse am Tag hochgeladen habe, sehr kurz, also was wie 15, 20 Minuten Kurse und davon halt 10 am Tag und die haben mir halt richtig gutes Geld gemacht und wenn ich jetzt nur noch einen Kurs pro Woche hochladen kann, ist das natürlich ein bisschen schade. Dann die nächste Einnahmequelle ist Amazon Video Direct oder Prime Video Direct, das ist auch nochmal eine Plattform, die ich dir sehr empfehlen kann, nämlich Prime Video Direct ist praktisch eine Plattform, wo du deine Videos und Kurse und so weiter auch nochmal hochladen kannst und erhältst halt praktisch auch wieder Geld dadurch, dass Leute deine Kurse schauen. Du behältst ziemlich genau, soweit ich weiß, 6 Cent pro Stunde, nicht pro Minute, pro Stunde, die gestreamt wird, ist nicht besonders viel, bloß wenn du halt hier nochmal einiges an Videos hochladen und einiges an Kursen hochlädst, kann es sein, dass du hier vielleicht nochmal ein paar hundert Euro möglicherweise im Monat mitmachst, aber dazu musst du halt wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende Videos hochladen. Es ist dennoch, wie gesagt, eine Einnahmequelle, die ich euch schon noch empfehlen kann. Dann eine Einnahmequelle, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde und mit der ich jetzt langsam anfange, ist diese Plattform hier namens Stack Commerce. Stack Commerce ist eine Plattform, wo du praktisch deine Kurse hochladen kannst und diese verkaufen, diese für dich, ist es praktisch wieder ein Distributionstool, ähnlich wie Lulu, oder Smashwords, bloß in diesem Fall halt für Online-Kurse und du kannst eigentlich ziemlich simpel dich bewerben, du klickst einfach hier oben auf Sell with Us und dann kannst du hier unten deinen Namen, deine E-Mail eingeben und dann, wie gesagt, gibst dir an, welche Produkte du hast, zum Beispiel halt einen Online-Kurs und dann gibst dir hier nochmal deinen Firmennamen an, den Link und dann, wie gesagt, welche Art von Material das ist, klickst dann halt hier auf I agree to instruct the terms of use, klickst auf Submit und dann können halt praktisch, kann die Firma für dich die Kurse promoten und ich kenne Leute, die halt hier wirklich 40.000, 50.000 bereits mit Kursen gemacht haben, wenn nicht sogar mehr und das ist halt auf jeden Fall auch nochmal eine Einnahmequelle, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde, wo ich in der Zukunft definitiv mal meinen Fokus drauf setzen werde. Dann, eine weitere Einnahmequelle, die ich euch empfehlen kann, ist Learn by Fiverr oder Learn Fiverr, das ist eine Plattform, wo du auch Kurse veröffentlichen kannst, wo es aber sehr, sehr schwer ist, reinzukommen, nämlich Fiverr, für alle die Leute, die es jetzt nicht wissen, ist hier eine Dienstleistungsplattform, über die werde ich mit euch später nochmal sprechen, aber es ist auf jeden Fall auch eine Plattform, wo du Kurse unterrichten kannst nämlich, wenn du auf learn.fiverr.com gehst, wirst du praktisch hier auf diese Seite gebracht und du siehst bereits, dass viele Leute hier ihre Kurse veröffentlicht haben und wenn du zum Beispiel hochqualitative, sehr gute Kurse hast, dann will halt praktisch Skillshare deine, oder Skillshare, will Learn by Fiverr deine Kurse und veröffentlich die praktisch hier über die Plattform und dadurch kannst du auch nochmal einiges an extra Geld verdienen. Zum Beispiel, ich bin derzeit auch wieder im Aufnahmeprozess für einen meiner neuen Kurse, ich weiß nicht genau, ob er publiziert werden wird, wenn nicht, kein Problem, wenn, dann freue ich mich natürlich sehr. Eine weitere Plattform, die ich dir, die es noch gibt, sage ich jetzt mal, um online Geld zu verdienen, halt mit Kursen, ist diese Plattform hier eduonics.com. Eduonics ist zum Beispiel auch eine gigantische, oder ein gigantischer Autor, Dozent, sage ich jetzt mal, auf Udemy. Bei Eduonics, muss ich ehrlich sagen, da bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob tatsächlich, ja, die Plattform so gut ist. Seid vorsichtig, nicht, dass Leute eure Kurse stehlen, das kann immer gut mal passieren. Das möchte ich jetzt Eduonics nicht vorwerfen, bitte, 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 versteht mich jetzt hier nicht falsch. Bloß, ich bin nur ein bisschen kritisch bei Plattformen, die kleiner sind. Also, weil Eduonics ist keine besonders große Plattform, genau dasselbe gilt bei Simplif. Ich möchte den Leuten nichts vorwerfen, bloß einfach nur schauen, dass wirklich diese Plattformen vertrauenswürdig sind. Das sind halt nochmal zwei Plattformen, wo ich mir persönlich sehr sicher bin, dass sie vertrauenswürdig sind. Gut, kommen wir dann aber mal zu weiteren Einnahmequellen, nämlich du kannst natürlich auch jederzeit deine Dienstleistung online anbieten, zum Beispiel halt über Plattformen wie Fiverr. Fiverr ist eine Plattform, wo du halt Online-Dienstleistungen anbieten kannst in allen möglichen Bereichen, sei es nun zum Beispiel, was könnte es sein, Musik malen, du könntest möglicherweise, ja, auch Übersetzungen tätigen, du könntest solche Dinge machen, wie zum Beispiel Icons erstellen und so weiter und so fort. Da gibt es halt viele, viele Optionen. Das Wichtige ist einfach nur, dass du halt interessante Gigs erstellst. Zum Beispiel, ich habe ja einen Riesenkurs auf Udemy gemacht zum Thema Fiverr und der hat sich auch übrigens sehr gut verkauft. Bloß, was ich ganz interessant fand in diesem Kurs war, dass viele Leute es ausprobiert haben und halt echt schnell richtig gutes Geld verdient haben. Dass man halt auf Fiverr von 0 auf 500 Euro gehen kann, innerhalb von vielleicht 2, 3 Monaten, ist definitiv denkbar. Das heißt, wenn du hier wirklich deine, wenn du ein bisschen Arbeit hier reinsteckst und wirklich gute Arbeit leistest und tolle Gigs hast, kannst du halt hier wirklich, wirklich gutes Geld verdienen. Ich kenne auch eine Person, die macht 5000 Dollar im Monat. Und je mehr Gigs du, wie gesagt, anbietest und je besser die Gigs sind, desto mehr Geld wirst du hier auch verdienen. Dann eine weitere Plattform, die ich euch natürlich auch nochmal sehr empfehlen kann, ist diese Plattform hier, Upwork.com. Upwork ist eine Plattform, wo du auch nochmal Dienstleistungen anbieten kannst. Ich bin jetzt hier gerade nicht im richtigen Account, weil ich habe ja nochmal einen Freelancer-Account hier auf der Plattform, um halt praktisch Arbeiten zu erledigen. Wenn du aber dir sagst, okay, ich möchte, ja, wie gesagt, auch Dienstleistungen anbieten, kannst du jederzeit hier auf die Plattform gehen, dann halt auf Sign-Up klicken und kannst dir hier jederzeit einen Account erstellen. Du siehst halt hier, der Account ist komplett kostenfrei. Du erstellst, wie gesagt, deinen Account und dann kannst du halt anfangen, dich für Jobs zu bewerben oder Leute treten halt an dich ran und möchten, dass du für sie arbeitest. An sich, eine tolle Plattform, die ich dir sehr empfehlen kann, ist relativ ähnlich zu Fiverr, bloß, dass es hier meistens ist, dass du für einen längeren Zeitraum angestellt wirst und nicht einfach nur für einen einzigen Job. Eine weitere Plattform, die ich diesbezüglich auch nochmal empfehlen kann, ist diese Plattform hier namens Guru. Bei Guru kannst du auch nochmal wie bei Fiverr oder halt Upwork Geld dadurch verdienen, dass du praktisch Freelancing-Aufgaben tätigst, sei es nun zum Beispiel im Bereich, ja, Virtual Assistance, sei es nun im Bereich Design, sei es im Bereich Musik und so weiter und so fort, da wie gesagt, hast du viel Spielraum und viele unterschiedliche Möglichkeiten. Dann eine Plattform, wenn du zum Beispiel Musik anbietest und du möchtest deine Musik online verkaufen, ist diese Plattform hier namens TuneCore. TuneCore ist auch wieder ein Distributionstool für deine Musik, die praktisch deine Musik auf Plattformen wie Spotify, iTunes, Tidal, Google Play, Amazon Music und weiteren Plattformen hochlädt, ohne dass sie halt eine Provision nehmen. Das heißt, du kannst deine Musik hier hochladen, dieses Tool veröffentlicht die Musik über mehrere Plattformen und indem sie das tut, erreichst du natürlich auch mehr Leute, kannst mit deiner Musik mehr Geld verdienen und erhältst halt 100% vom Sales Revenue und das ist natürlich eine tolle Sache. Also wenn du Musiker bist, würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen, hier mit deiner Musik hochzuladen, ja, was soll man anders sagen, ist auf jeden Fall ein wirklich gutes Tool. Dann, wenn es um den Bereich Dropshipping geht, ist natürlich Amazon FBA, denke ich mal, eine ganz gute Option. Bei Amazon FBA übernimmt halt Amazon für dich das Fulfillment, genau deswegen heißt sie auch FBA Fulfillment bei Amazon. Wenn du zum Beispiel ein tolles Produkt hast und du möchtest dieses über Amazon verkaufen, denke ich mal, wäre das hier für dich eine wirklich, wirklich gute Option. Wenn du zum Beispiel eher der Ansicht bist, dass du gerne über deine eigene Plattform deine Produkte verkaufen möchtest, dann natürlich bietet sich so eine Plattform wie zum Beispiel Etsy an oder halt so eine Plattform wie Shopify. Shopify ist ein Tool, mit dem du dir Online-Stores aufbauen kannst. Zum Beispiel dazu habe ich auch einen riesigen Kurs auf Udemy gemacht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne in diesen Kurs einschreiben. Das ist bisher auch der meistverkaufte Kurs in diesem Bereich. Ich verlinke ihn euch einfach mal in die Beschreibung, nämlich dieser hier. Der kostet gerade mal 9,99 Euro, nicht diese 199, die ihr hier seht, aber 9,99 Euro kostet das Ding und der Kurs ist fünfeinhalb Stunden lang und du lernst halt in diesem Kurs Schritt für Schritt, wie man so ein Shopify-Store aufbaut, wie man den monetarisiert und halt richtig gut damit Geld verdient beziehungsweise halt skaliert. Genau, den verlinke ich euch auch nochmal in die Video-Beschreibung. Also wenn ihr euch den Kurs holen wollt, kostet auch wieder 9,99 Euro. Kann ich euch, wie gesagt, sehr empfehlen. So, dann nochmal eine weitere Plattform, die sich lohnen könnte, ist natürlich Redbubble. Redbubble ist eine Plattform, wo du halt zum Beispiel T-Shirts und andere Designs hochladen kannst. Du siehst hier oben zum Beispiel, es gibt viele unterschiedliche Optionen, Merch hier hochzuladen, nämlich zum Beispiel Kleidung, Sticker, Handy- und Tablethüllen, Wandbilder, Wohndeko, Kinderbabys, Accessoires, Schreibwaren und Geschenke. Das heißt, du hast hier viele, viele unterschiedliche Optionen, praktisch Designs hochzuladen. Es gibt natürlich noch haufenweise andere Plattformen, wo du Designs hochladen kannst, wie zum Beispiel Teespring oder zum Beispiel Teasley ist auch eine Plattform oder zum Beispiel halt Spreadshirt, Spreadshirt.de beziehungsweise Spreadshirt.com oder zum Beispiel halt so eine Plattform wie Viral Style. Viral Style oder grundsätzlich all diese Plattformen das heißt, wenn du hier deine Designs hochlädst, dann suchen Leute hoffentlich über diesen Marktplatz nach diesem Design. Sagen wir mal, du machst zum Beispiel Berlin-T-Shirts, also wo zum Beispiel der Berliner Bär oder was auch immer drauf ist oder du machst ein T-Shirt über Bayern, über München, weil du vielleicht aus Bayern kommst und Leute suchen zum Beispiel halt nach diesem Begriff über diese Marktplätze, finden sie hoffentlich deine T-Shirts, kaufen diese dann und du erhältst halt eine kleine Provision für jeden Verkauf und so funktionieren diese Marktplatz-Plattformen und du kannst dir auch schon mal Folgendes vorstellen, nämlich wenn du praktisch das genauso aufbaust und du viele, viele Designs hochlädst, ist es natürlich auch wieder passives Einkommen, das du dir damit generierst. Kommen wir dann nochmal zu ein paar weiteren Einnahmequellen, nämlich zum Beispiel das Cora Partner-Programm für all die Leute, die jetzt nicht wissen, was Cora ist. Cora ist eine Plattform, wo du halt jederzeit Fragen beantworten kannst und Fragen stellen kannst. Du kannst aber auch an diesem Cora Partner-Programm teilnehmen, was einfach nur bedeutet, dass praktisch du dadurch Geld verdienst, gute Fragen zu erstellen. Heißt also, wenn du zum Beispiel gute Fragen hier fragst, gute Fragen erstellst und diese halt auf der Plattform publizierst und diese kriegen halt viel Traffic, dann erhältst du halt für diesen Traffic Geld, weil Cora auf der Plattform natürlich auch Werbepartner hat und wenn zum Beispiel jetzt viele Leute auf die Plattform kommen und sich die Fragen durchlesen oder halt viele Leute auf deine Frage draufklicken, weil das halt so gut ist, dann kann natürlich auch Cora an viel mehr Orten Werbung platzieren und dementsprechend noch mehr Geld verdienen und so, wie gesagt, verdient Cora Geld und so verdienst auch du Geld. Wie viel Geld kann man pro Frage verdienen? Schwer zu sagen, manche Fragen bringen ein paar Cent, andere bringen hunderte von Euro, ist ganz, 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 ganz schwer zu sagen. Dann, wenn du mit Blogging Geld verdienen möchtest, ist natürlich eine gute Plattform zum Beispiel Medium, die Medium Open Paywall, das ist auch ein Weg, wie ich persönlich Geld verdiene, zum Beispiel halt Medium ist eine Plattform, wo du halt jederzeit deine Blogs hochladen kannst und zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich habe schon vor relativ langer Zeit dieses Medium Partner Programm habe ich jetzt dran teilgenommen und wenn ich jetzt da einen Blog publiziere und Medium findet zum Beispiel den Blog gut oder halt die Leute finden den Blog gut, dann können sie halt diesen Blog abvoten beziehungsweise halt für diesen Blog klappen, was einfach nur bedeutet, dass sie den Blog praktisch liken und dadurch mir ein bisschen Geld geben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da viel blogge, kann es gut sein, dass du halt mit jedem Blog sagen wir mal ein paar Euro verdienst und wenn du zum Beispiel jetzt ein, ja sagen wir mal ein, zwei Artikel pro Woche schreibst, kann es gut sein, dass du damit nochmal eine kleine Einnahmequelle aufbaust. Vielleicht ein paar hundert Euro im Monat oder vielleicht auch nur hundert Euro im Monat kommt wie gesagt komplett drauf an, wie hart du hier arbeitest und wie gut deine Blogs sind. Je mehr Blogs du schreibst, desto mehr Geld kannst du auch verdienen, aber ich würde dir vor allen Dingen eher den Tipp geben, achte auch auf jeden Fall auf die Qualität, nämlich schlechte Blogs, die verkaufen sich nicht in Anführungsstrichen. Sonst die Plattform Blog Mission ist auch nochmal eine Plattform, die ich dir sehr empfehlen kann, nämlich hier kannst du deine Blogs an Firmen verkaufen. Hier steht auch der schnellste und effektivste Weg für Blog Marketing. Wir bringen seit 2011 Blogger und Unternehmen zusammen, nämlich wenn du zum Beispiel einen coolen Blog hast, kannst du hier jederzeit auf Publisher gehen und sobald du wie gesagt auf Publisher gegangen bist, kannst du hier jede Zeit deine Themen hochladen oder deine Blogs hochladen und kannst dann halt Geld verdienen. Nämlich hier haben wir folgendes, Blog Einträge und Aufträge halten, richten sie in wenigen Sekunden ihren Blog auf Blog Mission ein und welchen Preis sie für eine Veröffentlichung für die Texterstellung wünschen. Anschließend wird ihr Blog in den passenden Kategorien, die sie sich selbst festlegen können, angeboten, ohne dabei ihren Domain-Namen offen zu legen. Auf ihr Angebot im Marktplatz werden sich Werbetreibende bei ihnen melden. Bei minimalem Aufwand gelangen sie an eine Vielzahl von Auftraggebern. Ziemlich simpler Weg, wieder Geld zu verdienen. Es gibt natürlich auch weitere Optionen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, ja, Textbroker könntest du hier nehmen oder du nimmst halt solche Plattformen wie zum Beispiel Ref oder Gengo oder GoTranscript. Das sind natürlich auch nochmal Plattformen, wo du Geld verdienen kannst. Bei Blog Mission ist es so, dass du praktisch also den Blog einrichtest oder halt dort publizierst und Leute können sich bei dir melden. Bei diesen anderen Plattformen, Ref, Gengo und GoTranscript ist es so, dass du praktisch Transkriptionen beziehungsweise Übersetzungen tätigst und halt für diese Übersetzung beziehungsweise Transkriptionen dann bezahlt wirst. Man kriegt nicht besonders viel Geld, sagen wir mal zum Beispiel pro übersetzten Wort irgendwas zwischen, ja, zwei bis drei Cent pro Content-Minute, die du zum Beispiel abschreibst, ungefähr 50 Cent. Kommt, wie gesagt, auch auf die Plattform an, kommt drauf an, auf die derzeitigen Bedingungen, aber eigentlich ist es eine Plattform oder diese drei Plattformen sind Plattformen, wo du schon nochmal dir ein paar hundert Euro im Monat hinzuverdienen kannst, wo du jetzt aber nicht tausende von Euro verdienen wirst. Sonst natürlich, Swagbucks ist zum Beispiel auch eine Plattform, wo du Geld verdienen kannst oder sagen wir eher, wo du Giftcards verdienen kannst, zum Beispiel halt iTunes Giftcards, Amazon Giftcards und so weiter und so fort, was ja auch praktisch bedeutet, dass es echte Giftcards sind oder echtes Geld ist. Wenn du zum Beispiel viel über Amazon kaufst und du musst so oder so über Amazon bestellen, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, zum Beispiel einfach kleinere Aufgaben hier mal zu erledigen. Du kriegst übrigens auch schon bereits 5 Dollar oder 5 Euro tatsächlich, wenn du dich anmeldest und kannst dann diese 5 Euro auch gerne irgendwo online ausgeben. Also wie gesagt, du kannst aber vor allen Dingen auch Folgendes tun, du kriegst, wenn du hier dich anmeldest und deine kleinen Aufgaben erledigst, das sind so winzig kleine Aufgaben, kriegst du wie gesagt diese 5 Euro, du musst aber auch 2500 SB halt hier auf der Plattform verdienen, also 2500 Swagbucks, das ist praktisch deren Einheit hier und je mehr Aufgaben du erledigst, desto mehr Geld willst du auch verdienen. Es gibt natürlich auch wieder kleinere andere Plattformen, die genauso funktionieren, wie zum Beispiel Amazon Mechanical Turk. Mechanical Turk ist so eine Plattform, die halt praktisch auch nochmal dir die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Es ist auch wieder eine Plattform, wo du praktisch sehr viele kleine Aufgaben erledigst und diese Plattform bezahle ich dann halt für jede Aufgabe. Zum Beispiel kann es gut sein, dass du irgendwo mal ein paar Bilder hast und da sind irgendwelche Zahlen drauf und diese Zahlen sollst du in Kästen eintragen, weil zum Beispiel, ja, dass ein Bot nicht erkennen kann oder was auch immer und dann kriegst du halt für die ganzen Zahlen, die du einträgst, sagen wir mal 30 Cent oder was auch immer und in dem du halt dann sehr viele Aufgaben erledigst, verdienst du damit auch ein bisschen Geld. Kann man damit viel verdienen? Eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass du über 1000 Dollar im Monat kommst, außer du machst es vielleicht Fulltime, dann vielleicht bist du bei Maximum 2000 Dollar im Monat. Dasselbe Prinzip funktioniert auch auf der Plattform Clickworker. Clickworker ist eine andere Plattform, wo du ein bisschen Geld verdienen kannst, kleine Aufgaben, geringe Bezahlung für diese Aufgaben, bloß wenn du es tust, wie gesagt, kannst du damit auch im Longterm, denke ich mal, ja, also nicht unbedingt viel Geld verdienen, aber je schneller du wirst und je besser du wirst, desto mehr Geld verdienst du auch. Bloß wirst du hier mehr als 1000 Dollar im Monat verdienen, auch wieder sehr, sehr unwahrscheinlich, wirst du mehr als 2000 Euro verdienen, also da würde ich fast sagen, es ist fast unmöglich. Dann die nächsten Plattformen sind zum Beispiel Plattformen wie Icon Finder oder halt The Noun Project. Das sind Plattformen, wo du jederzeit deine Icons hochladen kannst, wo du damit Geld verdienen kannst. Du kannst zum Beispiel folgendes tun, du gehst auf Fiverr oder Upwork, suchst nach jemandem, der für dich Icons erstellt. Diese Icons lädst du dann hoch über solche Plattformen wie zum Beispiel Icon Finder oder The Noun Project oder halt Icon Scout oder ganz, ganz viele andere Plattformen und weil sich dann Leute die Icons runterladen oder halt diese kaufen, erhältst du ein bisschen Geld und das wie gesagt ist dann ein sehr, sehr simpler Weg, wie du auch nochmal Geld verdienen kannst. Es ist auch wieder passives Einkommen. Du musst halt bloß erstmal jemanden finden, der für dich Icons erstellt oder du erstellst selbst Icons und lädst sie hier hoch. Übrigens, viele Leute sind ein bisschen verwirrt, weil bei The Noun Project dauert es 10 Wochen, bis tatsächlich die Icons angenommen werden. Glaub mir, das ist es auf jeden Fall wert. Das heißt, lade da auf jeden Fall deine Icons hoch, auch wenn es 10 Wochen dauert, bis die bestätigt werden. Du wirst über The Noun Project, denke ich mal, das meiste an Geld verdienen. Genau, das war es auch eigentlich schon. Du kannst natürlich auch jederzeit zum Beispiel deine Produkte anbieten über Plattformen wie Etsy. Das ist auch wieder eine Produktplattform, wo du deine selbstgemachten Produkte verkaufen kannst. Grundsätzlich würde ich dir aber vor allen Dingen einen folgenden Tipp geben. Suche dir erstmal eine Plattform aus oder einen Weg aus, der für dich persönlich am meisten stimmt, der wo du sagst, okay, das ist für mich interessant. Wenn du Fragen hast, dann stell sie gerne jederzeit in der Kommentarsektion. Ich werde mir ein Bestes geben, die alsbald zu antworten. Wenn du dich in meinen Kurs einschreiben möchtest, Geld verdienen im Internet, wie du dir in 24 Stunden ein Online-Unternehmen aufbauen kannst, dann schaue gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zum Kurs für gerade mal 9,99 Euro. Du erhältst 6,5 Stunden Content. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Und wenn du auch zum Kurs fragen hast, bin ich natürlich jederzeit für dich da. Aber gut, das war es dann hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank. Das du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.